Step-Roaming Das die Dreher und Co. ein bisschen zu tief wird Ich werde auch zwischendurch durchaus das Step mal wegnehmen Um zu zeigen, dass alles auch wirklich ohne Step funktioniert So dass wirklich jetzt in den nächsten 45 Minuten heute alle auf ihre Kosten kommen So, ich würde sagen, wir starten mit einem ganz, ganz klassischen Warm-Up Machen wir uns ein bisschen warm Ich hoffe, wir haben alle ein bisschen was zu trinken bereitgestellt Und dann würde ich sagen, legen wir los! Stell uns auf Atmen erstmal ganz die Wand in die Leeren der Probe Und wieder aus Noch einmal die Wand, aber ruhig ein kleines bisschen lauter reinnehmen Ein letztes Mal Marschieren auf rechts Wir beginnen mit kleinen Tests noch in der Probe Noch vier Drei Gleiche Bewegung Locker und rüber kreuz Sehr schön! Aus dieser Bewegung Side-to-Side Ein bisschen veränder Ein bisschen veränder Lenke Achtung, Achtung Vier Drei Abtipp Drei 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 Nach vier, drei, locken wir kurz, die Arme, ruhig ein bisschen mit. Five, six, side to side. Achtung, let curl. Up, ten, down, down. Die Lech, single, lift. Achtung, Achtung, repeater, drei, ten, in die Mitte, go. Loser überkreuz. Side to side. Lenker. Achtung, Achtung, Achtung. Tippen, ja und ja. Lenker, vier, drei, zwei, single, lift. Du bleibst im single, lift. Versprochen. Denkst du, der Lied ist die Sache, den Curve, nur hier. Und zwei, eins. Genau. Vier, drei, zwei. Zwei, halte die Kerze oben, General T, Schulter zu, General T, Jumont. Aber mehr, belastet den Fuß oben, zieh dich, Lagras. Vier mehr, drei mehr, Achtung, Achtung, Up, Tap, Down, Down. Single T, Rebeater, drei, Tap, von unten, General T. Four, three, Cross. Side to side. Linker. Vier, zanai, Up, Tap, Down, Down. So, wieder schauen wir ein bisschen an. Hallo, warum antwortet hier keiner? Three. Hier leiten wir eine CMDI. Schaut noch einmal. In dem Hinblick ist noch vier CMDI. Ich seh das genau. Es sind noch zwei. Zwei. Jetzt kommst du dich. Kör. Halte die Ferse oben. Heute ist übrigens noch die Premiere meines neuen Kogel- und Papiersystems. Also ich bin gefühlt als eine Entschuldigung, dass nicht alles so rumläuft. Der last so rum wird. Sieger. Ab, Tap, Down, Down. Ab, Tap, Down, Down. So. Aufmerksam. Dann würde ich vorschlagen. Kriegen wir los. Erster Teil. Repeater, biebe, drei. Basic Step. Repeater, drei. Basic Step. Erster Kott ist schon fertig. Repeater, drei. Das ist eigentlich schon alles. Der Wächter kann hierbleiben. Repeater, drei. Entweder Mid Step oder vorne. Schau runter. Repeater, drei. Basic Step. Geht alles. Repeater, drei. Basic Step. Repeater, drei. Schau, der ist allein auf den Boden. Ich denke, oder? Ihr macht groovierter, drei. Zwei Bases. Schau. And one. And two. March. Two basic. Schau. And one. And two. March. Basic. One shot. And one. And two. And two. Basic. One more time. And one. And two. Oder. Repeat at the line. Alles mal gut. Wir treffen uns immer wieder. Go on. Up. And one. Jump to the side. And one. And two. March. Basic. And one. And two. Mach dir das weiter. Jump. And one. And two. Basic. And one. And two. And three. March. Basic. And one. And two. And three. March. Up. Up. Down. Down. Huh. Schaffen wir das. Bisher gibt es drei Varianten. Kannst du dir den Gunknet auskuchen. Wir schlafen nochmal mit Variante eins. Repeater drei. Up. Up. Turn basic. Repeat at the line. Basic. Maligata zwei. Jump to the side. And one. And two. And two. Ein bisschen mehr. Variante drei. And one. And two. And three. March. Einmal mehr. Und ein. Aber das war wieder meiner. Der Trier hat es noch nicht. Auf. Tap down. So. Ihr macht einfach die Variante gegeben. Und ich versuche ein bisschen mehr zu machen. Ja. Jump to the side. And one. And two. And three. und zwei. Wie gut. Und ein bisschen mehr zu machen. Ab und einmal zu樁 task. Und ein, zwei, drei. Andere. Abtipp, genau nach. Leucht. Vier. Drei, zwei, zwei. Einmal noch. Abtipp, genau da. Also, ich bin froh, ich bin ausstrahlen. Ich zeige auch mein letztes Mal. Die letzte Variation. Und da komme ich zum etwas einfacheren Varianten zurück. Das für dich alle müssen entwicklen. Okay. Vier noch. Drei noch. Zwei mehr. Jump to the side. And one, and two, and three. Achtung, Achtung. Here we turn. And one, and two, and three. And one, and two, and three. Achtung. So. So. Das wäre jetzt die Endversuch. Mach ich noch einmal mit. Und dann komme ich zum Beste. Ah. Zurück. Jump. Two sides. And one, and two. And two. Heavy turn. Jump. And two. Down, down, down. Und ein. Und ein. Und ein. Und ein. Jeder macht das was geht. Break gita drei basic. Jump, jump, march. Ja. Das was genau. Seid ihr bereit? Wir probieren das da rein. Aber auch wirklich die Investition. Zwei mehr. Jump. To the side. And one. And two. And three. Baby turn. Jump. Seid ihr schön? Abtippen. Rück den Ball so ein bisschen. Verstauen. Abspeichern. Wieder abkunftbar. Abspeichern. Okay. Zweiter Block. Total easy. Dann zum runterkommen. Zweiter. Achtung. Minimum. Und zwei. Eins. Zwei. Drei. Ein Flieger. Minimum. Eins. Zwei. Drei. Ein Flieger. Immer rein. One. Two. Three. Four. Ein Flieger. Flieger. One. Two. Ein Flieger. Ihr lacht weiter. One. Two. Three. Bleib. Other side. One. Two. Three. Ein Flieger. Flieger. Funktioniert? Das ist der richtige Block zum Ausziehen. Flieger. One more time. One. Two. Three. Bleib. Vier her. One. Two. Three. Nächste Variation. Schau. Eins. Zwei. Drei. Flieger zurück. Slider life. One. Two. Hits the blue one. Flieger. Drei. Drei. Two. Anabeya. Hits the blue one. Three. One more time. One more time. Hits the blue one. Hup. 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 Ate. Oh, das wäre schön. Das ist total easy oder? Würde nicht so ein bisschen, damit wir uns nach dem Herzen teilen, wieder ein bisschen zusammen verbinden. Henn ich hier noch einmal. Und zwar mit Nongo Straddle. One. Mit drüber. So, fly back. E-mumble, straddle. Hit rüber. Fly back. Untap, down, down. Alle dabei? Würde ich am liebsten jetzt einmal sehen. So, jetzt kommt aber rein, für mich das Schlimmste. Ich hätte ganz gern wieder unseren unverstaunten ersten Block. So, ich sing auch zur Not, aber das würden mit Sicherheit einige abschalten. Und zwar, vier, drei, jump to the side. On top, to the side, down. Hier wird schön, one more time. And jump, on top, down. Hier wird schön, Achtung. Mini-mumble, come on. Hint rüber. Fly back. Mini-mumble. Hint rüber. Fly back. Arnt sich, down, down. Stehen alle. Auf der gleichen Seite. Ich denke schon, ne? Gibt's noch einmal. Gibt's noch einmal. Hint rüber. Jump. Junge. Auf der gleichen Seite. Jump. Hint rüber. Hint rüber. Hint rüber. Hint rüber. Hint rüber. Hint rüber. Achtung. Hinten rüber. Bleibe. So, ein nächstes Mal. Weil so zwei Brücke jetzt so verstauen, bis wir den dritten fertig haben. Ich kenne das aus den Kursen. Schaut mich an, die begrüßte Kugel an. Was willst du von mir? Sag mir, was ich tun soll. Mach ich jetzt. Hinten rüber. Bleiben. Kini Mambo. Tapp. Hui. Hui. Achtung. Dann. Schuheide. Dann, die Mambo jetzt mal so, 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 knapp. Das, was die ganze Tobi so lang schadet. Ha? So. Ach, das habe ich schon, wer ist nicht angesprochen. So. Verstau. Block eins und zwei. Wir starten noch einmal. Repeater drei. Basic Step. Das ist überhaupt so eine Rundvariante. Repeater drei. Basic Step. One more time. Aber das hat ja schon gesagt, dass ihr hier so geblieben seid, ne? noch mal. Sonst wären wir nicht stark und wer sind. Wir machen weiter. Repeater drei. One. Knee. One. Basic. Repeater drei. Variation. Basic. One more time. One more time. Come on. One. Knee up. Tip. Basic. Einmal mehr. Basic. Oben. Nie. Unten. Basic. Oben. Nie. Unten. Basic. Oh oh. Oben. Nie. Unten. Basic. Brauch. Stop. Achtung. Down. Und jetzt. Das sind Really. Komm nicht einfach zu euch. Seid ihr bereit? Drei mehr. Drei mehr. Machen wir gemeinsam. Stop. Nie. Stop. Nie. Unten. Basic. Kom. Stop. Nie. Unten. Basic. One more time. Basic. Einmal mehr. Stop. Knee. Ihr macht genau das weiter. Und schaut. Stop. Knee. Basic. Basic. Stop. Knee. Basic. Up. Knee. Down. Und schaut. Einmal mehr. Stop. Knee. Facing. Stomp. Knee. Basic. Up. Tip. Genau wieder. Ihr macht das genau so weiter. Schaut einfach, was der Onkel euch zeigt. Vier. Drei. Stop. Knee. Mit. Cross. Zurück. Stop. Knee. Jetzt könnt ihr es gerade schnell ziehen. Jetzt wieder. Starte. Down. Down. Erster Basic. Cross über die Ecke zurück. Erster. Zuider. Zuider. Lass gerade leicht. Two more. Stop. Knee. Crossback. Basic. Stop. Knee. Crossback. Basic. Auf 10. Down. Daumen oben, nachschau, Piano, drei in die Nähe, zwei in die Nähe, Stop, Knee, Achtung, 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 Reverse, Stop, Knee, Crossover, Reverse, Achtung, ganz ganz richtig, der Reverse ist deiner Knie, und derusa,inating. Gar zu sein. Auf geht's! Auf geht's! Fier! Tres! Das noch nie! Auf geht's! Hey! Drugs! Dreamers! BAM 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 BAM! Hey! Drugs! A-TAY! Wenn ich etwas lege, vier, drei gehen, zwei gehen, stopp, wie, one, hup, crossback. So for the three words, auf and leer, stopp, hup, cross, out, tip, down, down, sehr gut. Ein letztes Mal, ihr könnt ja vielleicht schon mal so ein bisschen überlegen wie 1 und 2, glaube ich, da sehe ich schon wieder, sind wir uns nach dem Gesicht und, hä, haben wir überhaupt schon 1 und 2, stopp, hup, crossback, reverse, stopp, hup, crossback, reverse, Arte, also, die Nummer 1 geht auf alle Fertigstum, meine Grundlage, ich habe sie genauso, ab wie die drei. Ah, wie tut euch das? Da hat noch nicht mitgemacht, das war der Scham. Nummer 2, war der Total Easy Minimator. Aber wieder kommen auf die Kiste. Lieb, você macht sein, ab wie mitgemacht, runter, 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 vertDet treffer, runter, 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 weiter, runter, runter, runter. Jetzt auch schon lange her, den ersten Rollen. Eben zu. Warten wir noch einmal. Bein. Süß. Jump. Two sides. Eben zu. Schönen. Eben zu. Eben zu. Achtung. Niedermann oben. Hinten rüber. Schleif zurück. Noch einmal. Eben nach oben. Hinten rüber. Schleif zurück. Achtung. Down, down. Das ist so geil, wenn man das aus der Praxis geht. Jetzt ist 1 und 2 wieder da. Aber die 3 ist auch noch weg. Noch einmal. Stop. Cross Band. Fremus. Stop. Höch. Cross. Achtung. So. Eben zu. Eben zu. 1. 2. Und 3. Eben zu. Und 3. Und 3. Hit the move up, fly zurück, hit the move up, hit the move up, fly zurück, stop, cross, reverse, stop, cross, up to ground down. So, jetzt haben wir es aber ganz kompliziert. Sind die mit dem Hochbeulgarten etwa schon ausgespiegelt? Nein, ne? Jürgen haben wir heute abgeschneidet. Okay. So, die, die schon ein bisschen länger aus dem Ballen, müssen wir jetzt eigentlich zurecht kommen. So, ich treche einen Durchgang, einmal mit dem Einsteigermann. Ich habe das. Ich liebe es immer noch ganz. Jürgen, vier. Arme schon, Arme schon. Ich trage aber die andere Barrikante an. Und jetzt mal zusammen. jump zum die잡eladen. Ich sehe schon. So, ich sehe schon. Ich sehe schon. Stopp! Cross, Reverse Stopp! Das ist gemein, ja? Cross, Reverse Up, down, down, down Schaffen das meine Einsteiger jetzt allein? Ich knaufe an euch Wenn die Werte nach oben hoffen, dass sie stoppen Nope, he's gonna turn away Anni girl Aus die Hölle Didn't turn Anni jem Begemaklo Come on Begeuk Begeuk Begemaklo Begeuk Leider! Stopp! Crossfit! Reverse! Stopp! Crossfit! Reverse! Arte! Stopp! Ich hab was ganz verwischt. Ich weiß es euch noch ein bisschen aufgefallen ist. Aktuell hat ihr den Block zweimal. Jetzt nicht mehr. Ja? Jeder Block nur um ein Mal. Macht euch keine Sorgen. Wie hat sich das schon gemacht? Ja? Vier! Drei! Jump! Ab und zu der Zeit! Wiesel! Geben die Tren! Abschirm! Wiesel! 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 Cross! Arte! Wiesel! Wiesel! Häm'n! Häm'n! Wiesel! 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 Nye again! Zwei again! Jump! Side! Ribby Chuck! Wiesel! 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 Jetzt rüber! Gleich zurück! So! One! Geht zurück! Drops! Geht zurück! And then! Geht zurück! Geht zurück! Ist dir das richtig? Bist du da? Schrauben 20 Uhr an, aber noch etwas vor! Dann machen wir das jetzt! Stopp! Ja! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Sehr gut! Wenn der Julian immer so ein paar Beatsböbeln dazugeben könnte... Das wäre gut! Kommt ja auch, ne? Ich weiß, dass du so nur jeder zweite mitmacht! Aber ich gehe jetzt von euch! Sehr gut! Bisschen lauter! Komm! Scheißegal, dass die Nachbar denken! Geht zurück! Drei! Ich gehe jetzt aus! ... ... ... ... ... Nivea turn, mini-mangle, quad, in rüber, fly, stop, quad, cross, absurde, absurde, jump to the side, nivea turn, mini-mangle, in rüber, fly, stop, cross, eskip weiter, jump to the side, nivea turn, nivea turn, stop, cross, reverse, jump, nivea turn, mini-mangle, come on, lights up, stop, up, ten, down, down, und, ich bin vorstage, eine letzte Runde, wir stehen allerdings noch im Sport gekommen, da haben wir gewähnt uns schon, 35 Minuten am Stück, ich hoffe, ja, nivea turn, 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 nivea To the side. Schrauben wir das gleiche an der Reine. Biddy Wampel. Frei. Stomp. Möchte ich mich an der Reine ziehen. Biddy Wampel. Jump to the side. One, two, three. If you turn. Biddy Wampel. Hallo. Klein zuhör. Stomp. Biddy Wampel. Crossback. Reverse. Jump. Na ja. Uh oh. Möchte ich mich an. Klein zuhör. Stomp. 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 Biddy Wampel. 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 Abtehn! Wir fahren ein bisschen runter. Nach Kuhn! Liedern. Behehrt euch an das Vormat. Kleiner Chans. Vor Rutsche. Cross. Side to Side. Lecker. Out, check, down, down. Das war nochmal. Out, check, down, down. Ein, 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 ein. Cross. Und dann, ein, 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 ein. Side to side. Lecker. Up, check, down, down. Jetzt alle. Un, set. Brats locker, up, check, down, down. Wir marschieren. Außer. Nehmen wir noch. Vier. Drei, nehmt. Zwei, nehmt. Verlagern ganz leicht das Quicht. Saft, saft. Nehmen wir noch. Vier. Drei. Zwei. Halter. Auf, rechts. Ach, jetzt noch ein Schulz darauf. Schulz auf den Kurschen nach Hause. Zwei. Drei. Komm nach oben. Ja. Sehr gut. Und du kommst gerade tief. Vier, drei, zwei. Drei, marschiere noch nach außen, mit links. Verlager das Gewicht. Halte auf der Seite. Verlager das Gewicht. Verlager das Gewicht. So, ich hoffe, ihr habt euch genauso viel Spaß wie ich. Ein bisschen was getan. Gehen beide Füße nach außen. Dann können wir jetzt in einem ganz entspannten Abend starten. Hoffentlich bald wieder gemeinsam nach dem Kurs. Wir öffnen die Arme. Die Schultern sind tief. Füße schließen, Arme, D-Bein. Ein letztes Mal. D-Bein. So, letzte Übung. Wir nehmen das lechte Bein. Dreh über das Weg hinüber. Und drehen uns zur Seite. Und ich würde sagen, ich wünsche euch da einen schönen Abend. Auf Wiedersehen und bis ganz bald. Ciao.